servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal erinnert ihr euch noch an die meldung dass der saisonale affix von 9.1 höchstwahrscheinlich was mit anima powers zu tun haben wird vor ein paar wochen wurde ja spekuliert dass der seasonal affix authentic plus was aktuell eben das pride ad also das stolz ist die manifestation des stolzes etwas wird wodurch wir im mythic plus anima powers bekommen das ganze wurde sehr sehr gemischt aufgenommen die einen sagten sie finden es cool die anderen sagten hoffentlich ist das nicht zu random ansonsten kannst du vielleicht schon gleichen run vergessen und so weiter und so fort blizzard hält sich zu dem thema noch sehr sehr bedeckt und es ist noch nicht allzu viel bekannt aber jetzt wurde auf dem ptr etwas neues ausgelesen was zeigt oder was ein beweis dafür sein könnte dass wir spieler als anima kräfte fähigkeiten bekommen die den mythic plus affixen ähneln und das finde ich schon irgendwie wieder ganz cool in irgendeiner form es wurden zwei neue mythic plus fähigkeiten anima powers gefunden die necrotic und volcanic ähneln also nekrotisch äh bosse und mobs hinterlassen stacks auf dem tank oder eher den spielern die sie angreifen die vorzugsweise tanks sind volcanic lässt kleine vulkan unter euch spawnen und es wurden zwei anima powers gedata meint da haben wir atami of necrotic wounding also heißt er nicht necrotic necrotic wounding und da ist es so dass eure zauber attacken und so weiter angriffe eine seuche auf dem ziel hinterlassen was alle zwei sekunden schaden macht und die heilung und absorption des ziels um zwei prozent für acht sekunden verringert kann bis zu zehn mal hoch stacken und hatten drei sekunden cooldown also da sind nicht so wie beim spieler dass er zum beispiel den hill reduce bis ins in unendliches decken können hier sind es dann halt 20 prozent aber gut dann haben wir noch das volcanic plumage was auch auf dem anderen aufbaut eure fähigkeiten haben eine chance dass unter dem target ein vulkan ausbricht oder erst mal entsteht der bricht nach 2,5 sekunden aus macht im m0 3566 feuerschaden auf allen allen feinden innerhalb von drei yards und stößt diese in die luft ihr habt eine prox chance von 15 prozent zehn sekunden cooldown hat der käse und das heißt dass ihr mehrmals pro minute höchstwahrscheinlich in den genuss kommt so einen vulkan unter eure gegner zu ballern und zusätzlichen schaden zu machen mehr ist nicht bekannt es könnte auch noch sein oder es wird spekuliert dass das auch einfach nur für torgast ist die experten von wow hat gehen aber nicht davon aus da diese halt den mythic plus affixen sehr sehr ähneln und was ich tatsächlich auch lustig fände wenn weiß ich nicht du hast nicht wie ein torgast gefühlt 100 fähigkeiten die du dort bekommen kannst im mythic plus sondern du hast weiß ich nicht fähigkeiten die den eigentlichen im plus affixen ähneln und jede woche kriegst du bis zu drei verschiedene davon als buffs oder vielleicht als gegenpaar zu denen die für die mobs und boss aktiv sind bekommen die spieler dieser auch für sich irgendwie sowas wäre finde ich schon ganz lustig in irgendeiner form und würde auch diesen randomness faktor ein bisschen eingrenzen so nach dem motto weiß ich nicht wenn die spieler nicht die besten abilities kriegen dann kannst du den run knicken auf der anderen seite wird es auch wahrscheinlich bei so sachen würde es für jeden m plus affix im gegenpart für die spieler geben wird es wahrscheinlich auch affixe geben die einfach besser skalieren und besser sind als andere aber gut das wird sich noch zeigen ich wollte euch nur erstmal diese neuigkeit mitteilen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit danke fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video